Viele haben versucht, Uber zu verbieten, aber jetzt sind sie einfach nicht mehr zu stoppen. Uber war einfach alles egal, sogar, dass einige von ihren Konkurrenten versucht haben, sie zu verbieten. Uber ist nämlich von einem Tag auf den anderen riesig geworden. Alleine in den ersten fünf Jahren hat Uber es geschafft, in über 450 Städten verfügbar zu sein. Bevor irgendwelche Taxi-Unternehmen gegen das Geschäftsmodell von Uber klagen konnten, waren die schon längst überall erfolgreich am Start. Zeitweise gab es sogar einen Helikopterflug zwischen New York und den Händen zu buchen. Wurde Uber dann doch irgendwo verboten, haben sie einfach die Stadt gewechselt oder andere Methoden gesucht, um die Regeln zu umgehen. Am Ende hat das Start-up das Tempo bestimmt und nicht das Gesetz. Irgendwann wurde Uber dann too big to fail und wer will schon was verbieten, was eigentlich alle mögen, denn...